Hallihallo und willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play. Wird wahrscheinlich nur eine Folge, weil ich denke mal, dass diese kleine Demo ein wenig kurz sein wird. Aber es ist mal eine Horror-Demo, wie man unschwer erkennen kann von Resident Evil 7 Beginning Hour. Ja, wir hatten auf unserem Kanal noch kein Horror-Let's Play, also fangen wir mal klein an mit dieser Demo. Ich bin selbst mal gespannt, wenn ich rumquieken sollte wie ein Schwein, weil ich mich erschrecke, dann bitte ich dies zu entschuldigen, wenn ich mich dann einfach erschrecke und komische Laute von mir gebe. Das kann passieren unter Umständen. So, okay, eine VHS. Operator Mail Clancy Inside House, also im Haus. Aha, Kitchen, also Küche. Und wir sind anscheinend gefesselt. Da ist eine Menge Blut und wir haben eine Kamera vor der Nase. Okay, das fängt ja schon mal fabelhaft an, oder? Hallo? Hups, du hast die Kamera umgestoßen. Kannst du mir meine Fesseln wegnehmen? Oder entfernen, besser gesagt? Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, warum das auf Englisch ist und warum wir keine Untertitel haben, weil ich habe eingestellt, deutsche Sprache, deutsche Untertitel. Hm. Wir gucken mal. Resident Evil 7 Teaser Beginning Hour. Okay. Ich glaube, ich mache mir jetzt schon in die Hose. Ja, fabelhaft. Wir sind in einem verlassenen Haus. Schön. Entkommen Sie aus dem Haus. Ja. Natürlich. Ist bestimmt... ganz einfach. Ich höre schon komische Geräusche. Mit W-A-S-D-Gen. Ja. Ähm, ich will gar nicht. Bleib jetzt einfach hier stehen. Und mache nichts. Okay? Hm, okay. Wir machen es. Wir ziehen es durch. Was haben wir hier? Ein Foto. Von der Familie hier. Der Typ sieht ganz schön creepy aus irgendwie. Ich höre hier dauernd irgendwas. Es ist furchtbar. Was haben wir denn da? Eine Notiz. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Wen? Aber uns doch nicht, oder? Hm. Okay. Haben wir hier einen Fernseher? Sie haben keine Videokassette. Ja. Okay. Klavier. Oh. War das so schlau? Geräusche zu machen, wenn wir entkommen sollen? Ich weiß es nicht. Danger. Okay. Es fehlt eine Sicherung. Die Stairs-Sicherung. Okay. Wofür die auch immer sein soll. Ich habe gerade Schritte gehört, aber sonst. Hallo? Tür öffnen. Ich will die Tür nicht öffnen. Okay. Hallo? Bin bewaffnet mit einer Taschenlampe. Wollte ich nur mal... Uh. Ganz schön runtergekommen hier. Wehe. Ich drehe mich um und hinter mir steht jemand. Ich drehe mich jetzt um. Ah. Okay. Okay. Da ist es vernagelt. Was hängt denn... Ihhh. Okay. Haben wir hier irgendwas Schönes? Nö. Nur so creepy Puppen. Okay. Wir können uns im Spiegelbild nicht sehen. Und ich wollte sagen, wir können unser Spiegelbild im Spiegel nicht sehen. So. Jetzt macht der Satz irgendwie Sinn. Haben wir einen Fisch? Ach, das ist die Uhr. Okay. Okay. Ich höre nur die ganze Zeit Geräusche. Ich mache mir nicht in die Hose oder so. Nein. Ihhh. Was ist denn für ein Schmodder auf dem Boden? Ihhh. Ach, nö. Das ist voll widerlich. Oh, nö. Wir können den Kühlschrank aufmachen. Und so wie der jetzt schon von außen liegt, will ich den gar nicht aufmachen. Na gut. Oh, nö. Ernsthaft? Boah, macht wieder zu. Die ist ja ekelhaft. Gehen wir das hier oben auf auf? Ne. Okay. Zum Glück. Boah. Die Mikrowelle können wir auch aufmachen. Okay. Warum ist da ein Vogel drin? Boah. Alter. Ich stelle das Wasser mal ab. Oh, ich höre links dauernd was. Oh. Okay. Da sind Maden auf dem Teller. Muss das sein? Oh, nee. Den Kochtopf. Ich ahne. Oh, ja. Ihhh. Ja. Danke. Mach wieder zu. Oh. Nach den. Boah. Alter. Die Geräusche hier. Okay. Okay. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Schlüsselloch. Okay. Wir haben also keinen Schlüssel. Geht die auch auf? Ne. Okay. Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr. Hallo? Er ist mit einer Kette verschlossen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ganz schöne Bruchbude hier. Hallo? Komme ich ja durch? Ja. Ich will gar nicht. Uhhh. Oh, ii. Was ist... Uhhh. Oh, ii. Da ist ein Wolkenschneider. Nehmen wir mit. Okay. Uhhh. Oh. Bist du denn... Ihhh. Was ist das denn für eine eklige Puppe? Mach die Puppe weg, ey. Oh. Okay. Wir haben irgendwas im Inventar. Was haben wir hier? Äh. Bewegen. Ja. Bewegen. Achso. Wir müssen... Achso. Wir können Inventarmanagement machen. Achso. Uhhh. Ein Werkzeug zum Durchtrennen von Ketten. Ja, das können wir jetzt bei dem komischen Schrank da hinten benutzen. Und das ist echt widerlich. Okay. Dann machen wir das mal. Äh. Objekt auswählen. Okay. Und was finden wir da schönes? Ekliges? Ah. Wir gucken. Oh. Die Videokassette. Okay. Vom verfallenden Haus. Ich würde sagen, dann gehen wir mal wieder zurück. Wenn wir denn... ...können. Und packen das mal in den Videorekorder. Wenn wir... ...so weit kommen, heißt es. Ich rechne die ganze Zeit mit Jumpscares. Oh. Da könnten wir auch hoch. Ich würde sagen, das machen wir mal. Okay. Ich schau auf, wenn wir uns erpuppen. Nicht cool. Nicht cool. Okay, können wir hier irgendwas aufmachen? Nee. Okay. Äh. Ähm. Stand die... ...die Puppen standen noch gerade andersrum, oder? Und die Puppe lag da vorher nicht. Oh, nee. Toll. Haben wir da? Stairs. Achso, das ist dafür wohl die Sicherung. Bild. Bleibt da stehen, ja? Okay. Was haben wir hier so schönes? Ja. Ein fabelhaftes Bild. Doch. Geradezu entzückend. Oh. Was haben wir denn hier? Ein Puppenfinger? Was? Wofür soll das sein? Teil der Hand einer Puppe aus Celluloid hergestellt. Ja. Äh. Schön. Machen wir mal wieder zu da. Warum ist da Blut drin? Ich will es nicht wissen. Nein. Ich will es nicht wissen. So. Ich glaube... Äh. Hallo. Okay. Noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Hä? Achso. Das war die Notiz, die wir schon gesehen haben. Äh. Videokassette. Okay. Dann wollen wir mal sehen. 1 Uhr 21. Sind bei einem Haus. Clancy Javis. Okay. June der Erste. Okay. Hey. Oh, ich kann mich bewegen. Achso. Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist zwei Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Okay. Ich komme hier schon. Ihr könnt da mal vorgehen, oder? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur... Sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Surgators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Ja, ja. Bestimmt eine gute Idee, hier rumzulaufen. Im Dunkeln. Nachts. Ohne irgendwie Verstärkung. Laufen wir? Lauf mal vor. Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Jetzt nicht mehr. Ich finde es gut, dass er vorläuft. Wahrscheinlich? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete. Nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Ein sehr entzückender Kerl. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das übliche. Wie lang soll der Ort hier schon verlassen sein? Drei Jahre. Er, Clancy! Mach davon eine Einstellung. Okay. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum hab ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße! Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Der ist da lang. Andre? Andre! Andre! Andre? Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Nein? Doch, die Richtung weiß ich aber. Äh. Boah, der sah auch schon wirklich aus da. Wo ist er? Echt unglaublich! Ja. Finde ich auch. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich mein, Produzenten kommen und gehen, aber... Ein Kameramann wie du, Clancy? Du bleibst bei mir. Okay. Was war das denn? Ja. Hast du es gehört? Ja? Geh mal rein. Passiert bestimmt nichts. Andre! Okay, der ist zu. Andre? Andre, wo bist du, Mann? Hallo? Mach die Tür zu. Bitte. Oh, geht nicht. Kein Videorekorder? Okay. Was macht er da? Hallo? Ach was. Scheint so. Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich mein, scheiß auf die Sendung! Äh. 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 Ich halte das für keine gute Idee. Mit C hocken. Oh Gott. Äh. Okay, folgt uns jemand? Hallo? Nein. Okay. Bis jetzt geht es ja noch. Aber ich denke, das bleibt nicht mehr lange so. Okay. Und nun? Willst du mir doch... Du zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Ja, nee, ist... Also... Du zuerst. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Oh Mann. Okay. Sag mal, wie lang ist denn diese Leiter? Noch nichts? Was ist? Kommst du? Oh, kommt nicht. Das erinnert mich gerade voll an Blair Witch Project. Wenn ihr den Film kennt, der weiß genau, was ich meine. Andre? Geht's dir gut? Offensichtlich nicht. Oh, wer kommt da? Hallo? 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 Ähm. Okay. Okay? Okay? Okay. Jetzt liegt hier eine Notiz. Ich werde dich an den Steinen zerschmettern. Äh, jetzt halte ich für keine gute Idee. Und auch nicht besonders nett. Also hier ist irgendjemand, wie wir ja schon vorhin gehört haben, an den Schritten. Okay. Wir haben immer noch keine Sicherung? Nein. Ähm. Ja, wir sollen entkommen. Wir fürchten aber irgendwie, dass das nicht gehen wird, so einfach. Ja, hier kommen wir nicht raus. Hm. Hier irgendwas Neues? Nee. Was Neues? Nein. Ähm. War davor auch schon Licht? Weiß es nicht. Ja, aber eigentlich waren wir doch überall, oder? Schlüssel haben wir auch nicht. Wollen wir hier eine Schublade übersehen? Hm. Oh, ich denke, die ganze Zeit mir läuft jemand hinterher. Okay, hier war diese komische Ekelecke. Kommen wir da jetzt einfach so raus, vielleicht? Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Ja, Fabelab. Ah. Wir haben ja in dem Video gesehen, dass im Kamin der Schalter ist für diese kleine Luke da. Ich denke mal, das sollen wir tun. Obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Sogar nicht. Ich wollte es nur mal anmerken. Und ich hasse dunkle Räume. Und ich mag auch keine Horrorspiele. Gerade. Aktuell. Irgendwie. Ich finde, wir sind jetzt auch durch. Oh Mann. Okay, mit C hocken. Ah. Okay. Ich halte das immer noch für keine gute Idee. Kannst du die Tür zumachen? Nein. Okay. Hintertürschlüssel. Aha. Kommen wir jetzt einfach in die Freiheit? Vielleicht? Ich will da gar nicht runter. Geht auch gar nicht, ne? Ne. Ja, dann sind wir durch. Wir gehen jetzt nach Hause. Äh, dankeschön fürs Zusehen. Äh. Oh. Hallo. Ja. Du hast mich nicht gesehen, oder? Ih, was liegt denn da? Scheren und Spritzen und all so ein Quatsch. Ähm. Entschuldigen Sie? Könnten Sie mir den Ausgang zeigen? Achso. Ähm. Wieso geht die Tür zu? Hallo. Oh, iiih. Wie eklig ist das denn? Pistolenmunition. Okay. Okay. Was haben wir da? Was haben wir da? Offenbar kann man daran etwas anbringen. Oh, iiih. Wieso? Iiih. Da ist ja auch Blut in der Toilette. Es ist kein Wasser im Tank. Ne. Alter, wie eklig ist das? Ja, ich will nicht weitermachen. Ich würde sagen, da diese Folge doch schon etwas länger ist, sehen wir uns in Teil 2 wieder von Resident Evil Beginning Hour. Ich bedanke mich für's Zusehen bis jetzt. Ging's ja noch relativ gut. Es ist ein bisschen gruselig aufgrund der ganzen Geräusche und dieser Umgebung hier und dass wir nur eine Taschenlampe haben. Aber wir überstehen das schon irgendwie, hoffe ich. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallihallo und willkommen zurück beim Gruselspaß Resident Evil 7 mit mir, Kesshi. Es geht weiter mit Resident Evil 7. Ich freu mich ja so. Hier haben wir nochmal die schöne Blutbadewanne und hier fehlt uns irgendein Teil. Und ich will sagen, wir legen weiter los. Denn uns kann ja nichts passieren. Hoffe ich. Zumindest. Warum sind hier so viele eklige Sachen? Okay. Ich glaube, wir kamen von hier richtig. Ja. Okay. Aha. 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 Leeres Notizbuch. Wofür ist das? Ein altes Notizbuch, in dem nichts geschrieben steht. Ja. Ist das hilfreich? Ich weiß es nicht. Da oben haben wir... Pistolenmunition. Ich wollte gerade sagen Zigaretten, aber nein. Okay. Aha. Da ist nichts. Können wir die unteren aufmachen? Nein. Okay. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch. Verschlossen. Natürlich. Gut. Oder auch nicht gut. Hier ist es vernagelt. Okay. Dann bleibt uns da, glaube ich, nur noch diese eine Tür da. Die geht wieder zu, oder? Ja. Oh Mann. Da ist der Typ lang. Nur mal so angemerkt. In meine Wand am Rücken. Dann kann uns nichts von hinten erschrecken. Ich will da nicht hoch. Ich will jetzt einfach durch die Tür gehen. Und nach Hause. Bitte. Oh Mann. Verdammte blöde Puppe. Wo kommt die überhaupt her? Darf ich jetzt einfach so nach Hause gehen? Das wäre freundlich. Darf ich? Bitte? Ähm. Wir hatten doch einen Schlüssel, oder nicht? Da. Verwenden. Freiheit. Oder? Ähm. Willkommen in der Familie. Halt. Au. Das hat ja gut geklappt mit dem Inkommen, oder? Nicht. Hallo? Hallo? Okay, das bleibt auf Englisch. Pass auf mit dem Messer. Ähm. Ähm. Hinter dir. Ähm. 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 Sind wir jetzt tot? Diese Szene hat mich voll an The Hills Have Eyes. Schlechtes Ende. Willkommen in der Familie. 24. Januar 2017. Jetzt kaufen. Schlechtes Ende? Wieso schlechtes Ende? Hätten wir es besser machen können? Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich kann man verschiedene Innen in der Demo irgendwie erreichen. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hätten wir nochmal hochgehen sollen, oder so. Ja. Das war ja ein bisschen kurz. Ich fand, vom Gruselfaktor ging es. Also es war aushaltbar. Für mich als Noob in Sachen Horror Games. Und ja, vielleicht kommen ja auf dem Kanal noch weitere Horrorspiele. Wer weiß das schon. Ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten regulären Let's Play wieder. Oder mal bei einem Horrorspiel. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Dann vielen, vielen Dank nochmal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.